Doppel-Dick. Ah, das ist ja vielleicht ein Mist. Hier, 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 hier. Sehr komisch. Schmeckt nach Seife. Es erwacht die Kindheit. Oh, nein, oh, nein. Hey, Leute, willkommen bei Opa geht's steil. So, wollen wir mal sehen, was jetzt kommt. Ich will was Süßes haben, aber auch nicht zu süß. Opa, das gerne. Hä? Bappel-Dick. Dappel-Duppel-Dappel wie doppelt wahrscheinlich. Doppel-Dick. Ein Dip ist ja, wo man was macht, wenn man so poppisch hat, so hier ein Dip und da irgendeine kleine Soße was dazu. Das nenne ich auch Dip. Orange und Kirschschleckpulver. Schleckerpulver, das kenne ich ja noch von früher. Wir hatten in der Kindheit immer Brausepulver. Ist das vielleicht in ähnlicher Form und ganz neu? Stäbchen Schleck mit Pulver genießen. So, dann muss Peter das mal aufmachen jetzt, ne? Das ist immer heiß. Geht das schon wieder los mit diesen Philokromen? Muss man ja erst mal die Ecke suchen. Weißt du, dieses Aufmachen, das ist ja immer das Schlimmste. Unterwegs kann ich sowas gar nicht machen, wie weit ich es nicht aufhele. Jetzt hab ich es. Jetzt hab ich es. Also sind drei Dinge drinne. Sind die alle gleich? Ein Zwitzelstick. Was ist denn ein Zwitzelstick? Hm, der fühlt sich ja äuglich an. Das ist ja eine Schweinerei. Ach du meine Güte, Zähnebonbons in eine Tüte. Was ich in den Finger nehme, geht bestimmt kaputt. Dann nehmen wir da erstmal den Zwitzelstick. Mal gucken, was das ist. Ach, das ist wahrscheinlich sowas, früher gab es Brickelbett. Das hat auch so wie Brausepulver geschmeckt. Dauert aber lang, bis da was durchkommt. Wird auch nix. Nee, ich ist ja wieder zu sauer. Es erwacht die Kindheit. Es erwacht die Kindheit. Ihr könnt mich biegen vom Begeisterung. Sehr komisch. Also den Zwitzelstick lege ich erstmal beiseite. Pulver. Das ist ja hier irgendwie... Warum ist denn das... Ach Gott, Mensch, das ist ja vielleicht ein Mist. Das ist ja eine schöne Sauerei hier. Da ist ja noch was drin. Mein Gott, ist das hier zu gepappt. Ach du liebes... Und was ist das jetzt? Zwitzelstick. Das ist nochmal Pulver. Aber was soll ich mit dem Stick machen? Hervorragend. Wir dürfen gleich wieder sauber machen. Ja, die Stäbchen rausnehmen und dann irgendwie aufmachen die Tüte. Und das Stäbchen mit der Flamotten nehmen und dann da rein tun und dann abschlecken? Nein, doch! Da ist eine Schere, die muss man aufschneiden. Hast du mal bitte eine Schere für mich? Aber so ein Ding hat zu Hause auch eine kleine Schere hat das ja nicht, oder? Dann muss ich das jetzt hier nehmen. Dann machst du den so raus und dann hängst du den so. Also das ist meins nicht. Das ist mir zu künstlich. Bisschen süß, bisschen sauer. Schmeckt nach Seife. Schmeckt nach Seife. So hab ich's wirklich in Erinnerung. Schmeckt nach Seife. Hervorragend. Irre. Danke. Jetzt nehmen wir mal das andere. Orange. Schmeckt nach Orangisch. Erstmal. Andenken. Eintau. Na das ist ja ordentlich. Das könnte mich tut lassen. Nach Orangisch schmeckt das. Schmeckt beides nicht. Nee, das schmeckt mir nicht. So süß das ist so eine komische Mischung. Schmeckt nach Chemie. Oh, danke. Also für Kinder ist das schon interessant. Ich sehe mich als kleine Kröte da. Das Brausepulver von früher, das hat mir besser geschmeckt. Das hatte so ein Prickeln auf der Zunge. Das fehlt hier drin. Leute, das war jetzt Double-Dip. Opa war ein bisschen zu fade. Schreibt es uns in die Kommentare. Was sollen wir sonst noch testen? Und nicht vergessen, Abo, Däumchen, Glocke. Und ihr seid eine kühle Socke. Jetzt müssen wir aufrollen. Die habe ich da eine Sauerei gemacht. Tschüss, meine Süßenbäude.